Liebe Leute, willkommen zurück bei der Plastikschmiede. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar, ich möchte gerne euch was fragen. Ich weiß, dass meine Community sozusagen etwas klein ist. Aber ich hatte mir gedacht, ein bisschen ein anderes, neues Medium reinzubringen und zwar Bücher. Und zwar das hier. Vielleicht ein oder andere kennt das von euch vielleicht schon. Warum ich das machen möchte? Daher, weil diese Bücher wirklich super toll sind. Da ist viel Information drin, viel Geschichte drin und Haufen, Haufen Bilder drin. Also Pornografie für den Modellbauer, würde ich mal sagen. Und es macht echt Spaß, dass zu lesen. Und ich wollte euch fragen, was haltet ihr davon, wenn ich so eine Buchbesprechung mache oder eine Buchreview sozusagen halt. Was haltet ihr davon? Das würde mich sehr gerne interessieren. Und ja, eure Meinung ist mir wichtig. Auch gerade bei sowas, was haltet ihr davon? Dann würde ich euch gerne das hier vorstellen, als sozusagen als Testlauf. Ich habe auch extra Motorbuch Verlag angeschrieben. Sie haben sozusagen das OK gegeben. Und jetzt möchte ich natürlich euch noch fragen, was haltet ihr davon? Wenn ihr sagt, ne, kein Bock, Quatsch, brauchen wir nicht. Lasse ich's. Oder wenn ihr sagt, ja cool, auf jeden Fall. Würde ich mich mal interessieren. Weil es gibt wirklich tolle Bilder. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr begeistert halt davon. Und würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht da auch mal euren Senf dazu geben würdet, was ihr davon halten würdet. Und da würde ich euch dieses Buch einfach mal vorstellen, sozusagen. Jo, das ist von meiner Seite aus. Wie gesagt, Videos kommen immer wieder mal welche. Auch, ich zeige euch einen neuen Italiener, den ich gebastelt habe. Ist schon etwas älter, das Fahrzeug. Aber der wird vielleicht heute oder auch morgen kommen. Kann ich euch noch nicht so ganz versprechen. Ein L6-33 Light Tank von der italienischen Streitkräften aus dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht ein oder andere kennt das von euch vielleicht schon. Und ja, wie gesagt, soll kein Kanal-Update machen oder sowas. Was möchte ich nicht. Ich finde es nicht wichtig. Für mich persönlich. Ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr was dazu schreiben würdet. Und ja, das war es von meiner Seite aus. Danke, dass ihr reingeklickt habt. Und bis zum nächsten Mal. Eure Plastik-Schmiede. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.